Servus Leute was geht, willkommen zu einem neuen 2 Minuten Tutorial. In diesem Format lernet ihr die bekanntesten Fußballtricks in genau 2 Minuten. Hey Leute, willkommen zur vierten Episode unserer Freestyle Tutorial Reihe von der Fußballschule von Real Madrid. Und heute gibt es einen sehr stylischen Trick, der nennt sich Crossover. Wie der aussieht, das erfahrt ihr jetzt. Den Crossover führen wir zunächst mit einem Zwischenkontakt aus. Dabei habt ihr den Ball in eurer Hand. Wirft ihn nach oben, bringt euer schwaches Bein über den Ball und springt mit einem starken Bein nach oben. Berührt den Ball nur mit euren Fußzähnen und zieht diese dann nach oben. Jetzt machen wir das Ganze natürlich nur aus dem Jonglieren. Hierbei ist es wieder wichtig, dass ihr den Ball mit einem starken Fuß nach oben spielt. Euer schwaches Bein geht über den Ball, dann die Bewegung, wie ihr vorher gelernt habt, ausführen. Wichtig, wie gesagt, die Fußszenen müssen angezogen werden, dass der Ball auch nach oben springt. Das war es dann auch mit dem Crossover. Ihr müsst auf jeden Fall dranbleiben. Nächste Woche gibt es nämlich einen Trick, wo ihr für den Crossover auch braucht. Das heißt, bleibt fleißig am Üben und nächste Woche gibt es dann einen schwierigen Trick. Viel Spaß dabei und ciao! Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr hat, zeigt es mit einem Daumen nach oben und natürlich auch Kommentare lassen, welchen Trick wollt ihr denn als nächstes lernen. An dieser Stelle auf jeden Fall nochmal die Info. Dieses Video ist die Zusammenarbeit mit Fundation Real Madrid Clinics, wie am Anfang vom Video bereits erwähnt. Das Coole ist, wenn ihr bei Instagram mitmacht, bei dem Gewinnspiel, müsst ihr quasi einen Trick nachstellen, hochladen und Fundation Real Madrid Clinics und mich verlinken. Und dann habt ihr die Möglichkeit, wöchentlich sehr, sehr coole Preise zu gewinnen, wie unterschiedliche Trainingsbälle, Trikots, Matchbälle, Caps, Fanartikel, Schuhe und so weiter und so fort zu gewinnen. Falls ihr das nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne mal auf Instagram vorbeischauen. Link findet ihr in der Beschreibung. Das war es für's heutige Video. Macht's gut, bleibt sportlich und ciao! Ciao!